Hey Pete, ich arbeite an einer College-Bewerbung und soll etwas über mich erzählen. Sollst dich wohl eher verkaufen. Echt übel. Hast du einen Tipp für mich? Tja, etwa so. Hi, ich bin Peter Parker. Bin 25 Jahre alt, habe einen Bachelor in Biophysik und bin in die tollste Frau aller Zeiten verliebt. Wie bescheiden. Wer ist die beste Journalistin in dieser Stadt? MJ. Ist doch klar. Ich versuche einer anderen großartigen Frau nachzueifern. Meiner Tante May. Wieder sehr bescheiden. Mann. Und vor kurzem wurde ich von einer radioaktiven Spinne gebissen und habe Superkräfte erhalten. Das kann ich doch nicht schreiben. Hey, ich taste mich langsam aber sicher ran. Ich habe meine Kräfte genutzt, um der Stadt zu helfen und Leute zu stoppen, die ihr schaden wollten. Wie mein Mentor, Dr. Otto Octavius. Sein Labor wurde von seinem alten Kollegen Norman Osborn geschlossen. Otto rächte sich und setzte eine Biowaffe frei. Zum Schluss konnte ich Otto stoppen. Aber es hatte seinen Preis. Das war ziemlich gut. Aber ich bin kein Peter Parker. Ja, genau. Du bist Miles Morales. Du bist 17 Jahre alt und gehst auf die Brooklyn Wisions Academy. Was noch? Ich schätze, ich helfe meiner Mutter hin und wieder bei ihrer Arbeit in Haarlem. Sie ist Stadträtin Rio Morales. Und ich mag ein Mädchen. Sie ist spektakulär und inspirierend und ich finde eine der besten Künstlerinnen der Stadt. Und ich wurde auch von einer radioaktiven Spinne gebissen und habe super Kräfte. Ich habe vom Original gelernt, ein Spider-Man zu sein. Aber von meinem Vater habe ich gelernt, ein Held zu sein. Er starb durch Martin Lees Bombe im Rathaus. Das Gute, das ich jeden Tag tun will, habe ich von meinem Vater. Aber es war hart. Auch mit Superkräften kann man manchmal einen lieben Menschen nicht retten. Wie sehr man es auch versucht. Ein Held ist jemand, der nie aufgibt. Und das habe ich nicht vor. Ich weiß nicht. Ich kann nichts über mich sagen, ohne Spider-Man zu entnehmen. Sicher kannst du das. Du musst nur... Warum fängst du keinen neuen Wurf an? Herzlich Willkommen zu einem Spider-Man 2 Let's Play. Ja, das Warten hat endlich ein Ende und wir können Spider-Man 2 spielen. Bei diesem Let's Play handelt es sich um ein Story sowie um ein Platin-Let's Play. Ich werde versuchen, bei allen Zwischensequenzen und bei allen wichtigen Dialogen nicht zu sprechen. Und wir werden so lange spielen, bis die Platin-Trophäe safe ist. Also macht euch auf eine lange Reise mit Spidey, mit Vita, mit Miles gefasst. Ich wusste gar nicht, dass Miles verknallt ist. Also das war mir jetzt neu. Aber ich denke mal, wir werden noch viele weitere Überraschungen im Spiel sehen. In dem Sinne, lasst uns ein neues Spiel beginnen. Let's go! Wir sind bereit. Alles okay? Versprichst du mir was? Was du willst. Wenn das nicht klappt, schalt mich aus. Das klappt. Ich hab nicht viel Zeit übrig. Ich möchte mich verabschieden können. Ich möchte mich verabschieden können. Ich werde dich nicht verlieren. Niemals werde ich dich gehen lassen. Diese Glocke hat ihren Sinn. Setzen Sie sich. Bin da! Guten Morgen, Klasse. Heute dürfen wir einen neuen Lehrer begrüßen. Hi. Mein Name ist Pi, äh, äh, Mr., Mr. Parker. Äh, und heute ist unser Glückstag. Weil das hier die Physikstunde ist und Physik ist der Hammer! Wissen Sie, wie einige Insekten und Vögel, Reptilien einfach über einen Teich laufen können? Stichwort, Oberflächenspannung. Ich muss mal! Okay. Bei Oberflächenspannung geht es um Bindekraft. Hm. Hm. Als Gleichung ausgedrückt, Oberflächenspannung, Gamma, ist die parallel zur Oberfläche einer Flüssigkeit angewendete Kraft. F, dividiert durch die Länge, L, der Linie, auf die die Kraft einstellt. Kann jemand... Äh... Ich... Ich bräuchte mal Hilfe. Äh, Mr. Morales, richtig? Äh, können Sie das wirklich nicht alleine regeln? Bestimmt. Okay, klasse. Lesen Sie Kapitel 4 oder 5 oder irgendwas. Miles, ich brauch diesen Job. Wenn die Direktorin zurückkommt und ich weg bin, wer hat dich gefeuert. Ich weiß, aber das musst du sehen. Marco, warum heute? Ich bin sowas von gefeuert. Wie geil war der Anfang, bitte? Direktorin Evans hasst mich schon, weil ich heute Morgen zu spät kam. Bro, ich hab gesagt, komm pünktlich. Schon okay. Wir sind ruckzuck zurück. Gut. Ich hab noch einen Beratungstermin wegen meiner College-Bewerbung. Oh. Dein Aufsatz ist fertig? Nicht mal angefangen. Oh. Dann nichts wie in die Stadt. Kümmern wir uns schnell um Marco. Oh, Mann, 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 bin ich gehypt. Ich hab richtig Bock, dieses Spiel zu spielen. Der Anfang, mega. Hey, MJ. Hey, Jungs. Ihr solltet schnell nach Downtown. Wir schwingen gerade durch Brooklyn. Hat dich Jameson für den Bugle hingeschickt? Unfassbar, dass JJJ dein neuer Boss ist. Die neue Leitung ist echt spitze. Den hast du ganz bald im Griff. Was ist mit Marco? Den hab ich seit Jahren nicht gesehen. Die Zeugen sahen, wie er über den Broadway rannte und Unsinn schrie. Er wirkte wütend und paranoid, wahnhaft. Er ist einfach explodiert. Mann, hoffentlich können wir ihn beruhigen. Solche Kontrollverluste hab ich schon gesehen. Passt auf. Gut, dass es jetzt zwei Spider-Man gibt. Viel Glück. Danke, MJ. Wir könnten hier unsere neunfünfte Leinen nutzen. Unmöglich. Das sind Prototypen. Nicht mal getestet. Du hast sie doch dabei, oder? Kein Kommentar. Wer hätte gedacht, dass der Sandmann eine Rolle spielt in Spider-Man 2? Also mit ihm hatte ich tatsächlich nicht gerechnet. In den Trailern kam er ja erstmal auch gar nicht vor. Aber bin mal gespannt, wie er jetzt hier umgesetzt wird. Oh. In die Steuerung muss ich mich nochmal dran gewöhnen. Es ist lange her, dass ich den ersten gespielt hatte. Achtung, ausweichen. Alles okay? Ja. Ich glaube, wir haben ihn. Marco! Scheiße! Was zum... Das ist Sandman? MJ hatte recht. Wir müssen ihm helfen, bevor er sich verletzt. Oder andere. Richtig gut umgesetzt. Und den kriegt er auch. Oh. Oh Mist. Er war immer noch sauer, Marco. Wie wär's mit Yoga? Wie wär's mit Yoga? Er ist wohl mehr der Pilates-Typ. Das war die Idee. Ich hab nie gesagt, dass sie gut ist. Das sollte ein normaler Tag sein. Musikunterricht. Peinliche Gespräche im Lehrerzimmer. Es wird alles wieder gut. Hilfe! Hab dich. Spider-Man! Eine Lieferung für dich! Heiß und fertig! Bin da! Hab ihn! In die Marcos? Ich wünschte, ich könnte das. Let's go! Also, ich muss mich nicht nur an die Steuerung gewöhnen. Mit dem neuen PlayStation 5 Controller muss man sich auch an diese ganzen Bewegungen und man drückt die Tast noch ein bisschen schwieriger. Also, wer eine PlayStation 5 hat und bereits ein PlayStation 5 Spiel gespielt hat, der weiß genau, was ich meine. Direktorin Evans. Natürlich! Direktorin! Alle Schüler haben die Klassenzimmer evakuiert. Wo sind sie? Mr. Parker! Oh, shit! Greife an und verteidige, um Fähigkeiten wie Spider-Sperrfeuer aufzuladen. Bei voller Aufladung können sie erneut eingesetzt werden. Wo sehe ich das denn? Ah, okay. Das Teil füllt sich dann auf. Fortfahren! Let's go! Das klappt! Ich meine, ich bin gerade... Mega... Gut, kann ich das nehmen? Oh, okay. Ausweichen hat Vorrang. Aber sehr geil inszeniert. Also, jetzt schon der Anfang. Sehr, sehr cool. Zack, 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 zack! Oh, Mann! Liege ich von der Schule? Hey! Bin noch auf viele weitere Attacken gespannt. Ich habe während eines Notfalls die Schüler allein gelassen. Ja, das gehtärer. Ich weiß, du bist sauer auf mich. Das hat nichts mit dir zu tun. Lass mich in Ruhe! Ich will dir helfen. Aber zuerst wird es wehtun. Ja! 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 Er war wohl nicht froh über das Wiedersehen? Er ist nicht der nostalgische Typ. Lass mich gehen, sonst bist du tot. Er hört nicht zu. Wir müssen eins drauflegen. Wie? Er hasst Wasser. Seine Schulter ist schon nass. Elektrizität mag er dann sicherlich auch nicht so. Du hast es geschnallt. Das hat gesessen. Aber wir brauchen mehr Wasser. Ich schieße mit Netzen und lad mich auf. Jetzt lasse ich erst mal das Wasser laufen. Oh Mann, einen halben Film, den wir uns hier gerade anschauen. Er ist betont. Jetzt schlag zu. Hat hier jemand Wasser bestellt? Bäm! Spider-Man, Achtung! Bäm! Nein, 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 nein! Alles okay? Ich arbeite dran! Wie episch! Ich dachte, du wärst weg! So schnell wirst du mich nicht los! Das ist ein Fall für Genki! Genki, bist du da? Alter, wie krass! Ich weiß! Pass auf! Wir brauchen viel Wasser bei der Wall Street! Ich checke das Netz. Pass auf, Alter. Sie auch, Mr. Parker. Mach ich. Moment, was? Er weiß es? Genki weiß alles. Außerdem waren wir vorhin echt auffällig. Die Begattenschule war echt die falsche Wahl. Genki. Bester Mann. Natürlich konnte Miles das Ganze nicht für sich behalten, aber wir müssten doch Netze abfeuern, richtig? Jetzt kann ich nah ran. Ich bin gerade fasziniert von dem, was hier gerade passiert. Deswegen habe ich auch eben vergessen, die Angreiftaste zu drücken. Aber es ist einfach so gut gemacht. Also, ich will jetzt schon nicht, dass das Spiel irgendwann endet. Wir sind wieder hoch. Leute, der Wassertank auf dem Madison Building sollte funktionieren. Wir reden hier von 40.000 Litern. Okay. Danke, Genki. Ihr hättet wegbleiben sein. Spinnen. Ich fang gleich an zu heulen. Wir sind fast da. Der Wassertank. Spider-Man? Ich wollte nur ein normales Leben. Wie alle. Das geht so nicht, Marco. Für jemanden wie mich geht es nur so. Das Gerät ist außer Kontrolle. Pete, was ist passiert? Ich bin draußen gelandet. Kletter weiter. Wir treffen uns auf dem Dach. Der Wassertank ist die einzige Chance. So, wir sind nun im Kampf mit Miles. Das Gameplay beim Spiel Miles habe ich so geliebt. Netzschlag. Der ist jetzt ein bisschen härter hier, aber wir greifen wieder mit Venom-Schlag an. Der geht ganz gepflegt zu den Gegnern. Und schaut euch das an. Selbst Miles hat etwas Sand abbekommen. Oh, bleib drinnen, sagt er. Das ist ein Fokusbalken. Wenn du einen vollen Fokusbalken einsetzt, kannst du Heilung durchführen. Fülle deinen Fokusbalken, indem du angreifst und verteidigst. Also eigentlich wie im ersten Teil. Ja. Ich weiß noch nicht mehr genau, was ich drücken muss. Ach, Pfeil nach unten. Okay. Dann tun wir das. Und also schreibt mir gerne in die Kommentare, wie gut ihr jetzt hier den Anfang von Spider-Man 2 findet. Also einfach nur genial. Oh Mann! So, Finisher sind verheerende Angriffe, die mindestens einen vollen Fokusbalken kosten. Baue Fokus auf, indem du Gegner angreifst und ihnen ausweichst. Man muss dir natürlich dann auch überlegen, heilt man sich oder macht man einen Finisher. So, den Finisher macht man mit den beiden Tasten. Ich glaube, das war auch im ersten Teil so. Warum baut Marco nicht einfach Sandburgen? Das frage ich mich auch. Aber wir können Ben im Schlag machen. Ma, alles okay? Ich bin bei Pfeil. Ich weiß, ihr seid in allen Nachrichten. Ich bin unterwegs nach Downtown, um die Hilfe zu koordinieren. Weckt Genki dich in der Schule? Ja. Aber ich habe noch einen Beratungstermin und die Direktorin denkt, dass ich... Ich kann mit deiner Direktorin reden. Aber New York braucht dich jetzt. Du bist die Coolste. Und bitte, sei vorsichtig. Wie man schon sagte, New York braucht uns. New York braucht uns safe. Neue Finisher. Richtig gut. Und Venom-Schlag. Wir haben das Spiel verstanden. Oh, die zwei Kollegen hier noch. Ja, ich habe mit allem gerechnet, aber... Nicht hiermit. So, Venom-Schlag. Ich weiß nicht, was draußen passiert. Vielleicht so, Spider-Man. Fast geschafft. Der Tank gehört uns. Jetzt gehört er ihm. Hey, sorry. Hab ich was verpasst? Wer will mich fressen? Dann geben wir ihm lieber was zu trinken. Haben wir es geschafft? Nein. Pete! Netzflügel! Oh, geil. Netzflügel! Sie fliegen! Das war's noch nicht. Markau ist am Strand von Pierpier. Wenn er an den ganzen Sand kommt, ist er wohl gerade. Ich brauche dich sofort, Miles. Ja, ich sehe ihn. Ich bin hinter dir. Miles! Miles! Oh, sch... Worauf habe ich mich eingelassen? Worauf haben wir uns eingelassen? Beruhige dich, Marco. Unschönige Menschen sind in Gefahr. Du sorgst dich um sie. Aber nicht um mich. Auf Marco wollten sie mich hören. Als Sandman ignorieren sie mich. Was passiert mit New York? Wir müssen zu ihm. Was ist denn? Genau der. Irgendeine Idee? Ja, die Klasse ist wieder vereint. Nutze einen vollen Fokusbalken, um entweder Heilung oder einen verjährenden Finish auszuführen. Gut, das haben wir ja vorhin erklärt. Und ich würde mich jetzt erst einmal heilen und gucken, dass ich gut ausweiche. Damit wir unsere Finisher machen können. Oh, okay, das war jetzt unnötig eingesetzt. Ist sehr gut eingesetzt. Selbst die Finisher, richtig filmreif. So, wo sind die? Boah, richtig gute Attacke. Bin echt gespannt, was uns noch erwartet an der Taten. Vier Stück sehe ich gerade unten, können wir mitnehmen. Wir haben natürlich auch die Vorbesteller Boni am Start. Das heißt, wir haben genügend Skins, die wir hier ausprobieren können. Vielleicht pro Episode 1 Skin muss ich mir nochmal anschauen. Oh, das könnten wir natürlich auch machen, aber ich glaube, das bringt nichts mehr, oder? Okay, im Kampf komme ich gut zurecht. Und jetzt Sperrfeuer für den Kollegen. Lohnt sich nicht. Sehr episch. Alles gut? Alles gut. Alles gut. Alles gut. Ich hab Sand. Überall. Marco, alles wird gut. Gut ging es mir. Schon lange nicht mehr. Wenn du Hilfe benötigst, musst du nur fragen. Ihr seid diejenigen, die Hilfe brauchen, wenn sie euch holen kommen. Uns holen? Das Alter macht dich langsam, Sergay. Das wirst du nicht erleben. Ich beschatte dich seit Stunden. Du hast nichts gemacht. Ich hab mich klar ausgedrückt. Eine Beute, die mir gewachsen ist. So. Wie wäre ein neues Jagdgebiet? Einfach das Feuer. Die große Jagd beginnt. Das ist ein neues Jagdgebiet. Die Edgewind. Pete, siehst du das? Eine Sekunde, Mike. Geschafft. Du bist sicher. Ja, hier auch. Hey, Genki? Ich weiß, ich weiß. Die ganze Telekommunikation liegt lahm. Was passiert mit eingehenden Meldungen? Die kommen in die Warteschlange, aber... Warte. Ich probiere mal was. Mach schnell. Geh mal. Direkt vor dem App-Ausfall gab es einen Hilferuf an der Ecke Liberty und Broadway. Spielanzeigen. Okay, wir müssen dort hinten sehr wahrscheinlich Bürgern helfen, aber das machen wir in der nächsten Episode. Kurz zur Information. Also dieses Spiel wird auf diesem Kanal erst einmal sehr, sehr hoch priorisiert. Bedeutet, von Montag bis Samstag wird es täglich eine Episode geben. Es kann auch passieren, dass ich so hart suchte, dass an bestimmten Tagen auch zwei Episoden am Tag erscheinen. Aber das will ich jetzt nicht versprechen. Es wird zu 100% von Montag bis Samstag ein Video kommen. Das dazu. Also wie bereits auch am Anfang erklärt, es ist ein Story-Let's-Play. Deswegen werde ich bei Zwischensequenzen und wichtigen Dialogen nicht quatschen. Also nicht dazwischen quatschen, ich will es ja auch genießen. Und wir spielen bis zur Platin-Trophäe. Wir haben ja vorhin schon den ersten Erfolg bekommen. Und da warten noch ganz, ganz viele weitere. Und die werden wir alle machen. Wenn es sein muss, spielen wir das Ganze auch noch ein zweites Mal. Ich weiß gerade nicht, ob es verpassbare Erfolge gibt. Glaube aber, noch nichts gesehen zu haben. In dem Sinne sehen wir uns bei der nächsten Episode. Die nächsten Episoden werden ca. 45 Minuten laufen. Die erste jetzt erst einmal 30 Minuten. Ich muss erst einmal runterkommen. Das, was ich gerade gesehen habe, war einfach zu wild. Richtig geil. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr den Anfang findet von Spider-Man 2. Einfach filmreif. Richtig gut. Ging gerade sogar eine halbe Stunde. Und das war nur das Tutorial. Also ich bin mega gespannt, wie es weitergeht. In dem Sinne, bis zur nächsten Episode. Bis dahin. Tschaußen.